Diese Geschichte nimmt das ganze Leben eines Muslims auseinander. Ein Mann erwähnt ein Abid. Abid bedeutet das Maximum an Ibadah, was ein Mensch macht. Tags über Allah, nachts über Allah. Dieser Mann hat nur im Kloster gelebt. Der hatte einen eigenen Kloster, so wie wir, sagen wir mal in dem Masjid. Und der ist nicht rausgegangen aus diesem Masjid, nur um vielleicht was zu essen zu holen. Oder eine Angelegenheit zu erledigen. Sonst 24-7 Moschee. Und dieser Mann war 24-7 in seinem Kloster, Barsisa. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Barsisa. Und Barsisa hatte nur mit Ibadah zu tun. Für den gab es nichts anderes außer Allah. Nichts anderes. Sein Leben, sein Schlafen, sein Aufstehen, seine Aufopferung, sein Leben, sein Tod war nur Allah. Und so kamen dann zwei Brüder zu ihm. Und so sind zwei Brüder zu diesem Barsisa gegangen und sagten, wir haben Barsisa, wir müssen in den Krieg. Wir haben aber eine Schwester, wir haben keine Eltern, wir haben keine anderen Leute, die auf unsere Schwester aufpassen können. Unsere Schwester ist jünger. Wir müssen in den Krieg. Es gibt keinen, dem wir vertrauen können, außer dir. Und bitte hör zu. Wir müssen ganz genau zuhören. Ganz genau zuhören. Hier ist deine Rettung, lieber Bruder. Liebe Schwester. Und sie sagen, Barsisa, es gibt keinen, dem wir vertrauen, außer dir. Sie ist unsere Perle, sie ist unsere kleine Schwester. Wir ziehen weg. Pass bitte du auf sie auf. Barsisa, ein Abit. Bruder, uns wurde befohlen, die Blicke zu senken. Nicht mal berührt, Blicke senken. Barsisa direkt, a'udu billah. Nein, auf gar keinen Fall passe ich auf eure Schwester auf. Gesagt, getan, sind weggegangen. Jetzt kam eine Stimme. Und diese Stimme haben wir alle hier im Kopf. Möge Allah diese Stimme verfluchen und entfernen von uns. Und diese Stimme kam in den Kopf von Barsisa. Und sie sagte zu ihm, Barsisa, du bist doch ein Albit, du bist ein Abdullah, du bist ein Diener Allahs, du fürchtest Allah. Hast du nicht gehört, was die zwei Brüder gesagt haben? Sie wollen in den Krieg ziehen. Und sie haben keinen Weg, wenn sie die Schwester hat, der ihr anvertrauen können. Wenn du das nicht machst, wer dann? Irgendwie muss ja alles geschützt werden. Du musst das machen, Barsisa. Wenn du das nicht machst, müsst ihr auch deinen Gottesdienst nicht finden, wenn das Land und die Religion nicht geschützt wird. Barsisa hat nachgedacht. Er sagte, ja, das stimmt. So ist er zu den zwei Brüdern gegangen und sagte, okay, ich passe auf eure Schwester auf. Aber, weil er ist ja ein gotteswünschiger Mensch, richtig? Ich werde nicht mit eurer Schwester alleine wohnen. Oder sie wird nicht bei mir wohnen. Sie wird im Haus hinter meinem Tempel leben. Da ist ein Haus, da wird sie leben. Ich werde mich um sie kümmern. Aber alles in den Grenzen Allahs. Sie sagten, okay, super, wir machen das. Die Schwester zieht alleine ein in dem Haus hinter dem Tempel von Barsisa. Jetzt morgens legt er, also morgens und abends legt er ihr Essen. Aber wie legt er ihr Essen? Vor seiner eigenen Haustür des Tempels. So, dass er aus dem Haus rauskommen muss, die Schwester. Und die ersten paar Schritte gehen muss, die ersten nehmen muss und dann wieder ins Haus. Ein Tag, zwei Tage. Jetzt kommt wieder die Stimme. Barsisa, das kannst du nicht machen. Das ist eine Schwester in deiner Religion. Die ist ehrenvoll. Du musst auf ihre Ehre achten und ihre Scham achten. Wie sieht das denn aus, wenn sie aus ihrem Haus kommt? Vielleicht sind da irgendwelche Männer, die ihr hinterherlauern. Geh du zu ihrer Haustür, Barsisa. Leg es davor. Du bist gottestwünschig. Du fürchtest Allah. Du brauchst ja nicht mit ihr reden. Barsisa dachte sich, ja, das stimmt. Also hat Barsisa angefangen, ihr das Essen vor der Tür zu legen. Es ging eine Zeit lang gut. Jetzt kommt wieder diese Stimme. Barsisa, guck mal. Die ist schon so lange alleine. Monate sind wahrscheinlich verstrichen. Die hat mit keinem geredet. Glaubst du nicht, dass sie in einer Fitna fallen kann? Dass sie anfängt rauszugehen, mit anderen zu reden. Klopf doch an ihrer Tür, red mit ihr. Du redest doch hinter der Tür mit ihr. Ist doch alles okay. Du bist ein gottesfürchtiger Mensch, Barsisa. Lieber redet sie mit dir einen Abend, als mit irgendwelchen Kaputten da draußen, Barsisa. Lass das nicht zu, red mit ihr. Sie braucht Gesellschaft. Hinter der Tür, Barsisa. Macht Sinn. Barsisa legt ihr das Essen vor der Tür, klopft an der Tür und wie geht's ihr? Wie machst du? Man unterhält sich. Der Schwester hat's gefallen. Und dann kommen vielleicht Gespräche wie, ich bin nicht so einer. Nein, ich bin auch nicht so einer. Kennst du uns? Guck mal, ich bin nicht wie die anderen Kanaken. Ich bin anders. Ich bin ganz anders. Ich bin auch anders. Zusammen sind sie dann anders. Zusammen sind wir gleich. Und dann sind sie zusammen, seid ihr gleich. Bravo. Eine Zeit lang geht er so, hinter der Tür. Was haben wir gesagt? Barsisa ist ein gottesfürchtiger Mann. Jetzt kommt die Stimme wieder. Barsisa. Ja, guck mal, sie vertraut mir. Ich vertraue ihr. Wir beide glauben an Allah. Wir beide sind gottesfürchtig. Wir kennen unsere Grenzen. Richtig? Er sagt, ja. Nächsten Tag gibt ihr ihr Essen, klopft an der Tür, redet mit ihr. Geht rein. Und wie geht's ihr? Und machen. Und alles gut. Und dies und das. Von Reden, Berührung. Von Berührung, Küssen. Von Küssen, Sinna. Sinna, Sinna, Sinna. Schwanger. Schwanger. Wallahi, ich schwöre bei Allah. Ihr wisst nicht, wie viele Geschwister mir schreiben. Bruder, ich habe einen Fehler gemacht. Er war ein Junge. Ich habe ihm vertraut. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine ganze Zukunft ist kaputt. Kennen wir alle diese Geschichten? Dann haben sie Sachen gemacht. Der Bruder sagt, ja, Bruder, ich liebe sie. Ich liebe sie. Und dann, als sie gehört hat, jetzt ist sie schwanger. Bruder, ich muss sie loswerden. Ich muss sie loswerden jetzt. Jetzt ist nicht mehr für Allah. Jetzt ist nicht mehr für Allah. Wir kennen alle diese Geschichte. Schwanger so. Und jetzt kommt die Stimme wieder. Halt die lange. Guck mal. Wenn der Schätan an deiner Tür klopft, der will gar nicht, dass du aufmachst. Der würde sich sogar denken, guck mal, wie dumm der ist. Der macht die Tür für mich auf. Der Schätan, wenn der an deiner Tür klopft, dann möchte er nur, dass du hinter der Tür fragst, wer ist er? Wenn du hinter der Tür fragst, wer ist er? Der nimmt dich auseinander, Bruder. Das ist der größte Alem auf dieser Dunja. Schätan ist der wissendste momentan auf dieser ganzen Dunja. Der hat Adam aus dem Paradies geholt. Dann wird er dich aus seiner Maus holen. Barcisa, guck mal, was sollen die Leute denken? Was sollen die Leute denken? Ein Junge, du bist ein Barcisa, du bist ein Abels. Die Menschen lieben dich, weil du so gottesfürchtig bist. Die Menschen werden reden. Du musst diesen Junge umbringen, Barcisa. Ein Tag, zwei Tag, drei Tag, diese Stimme ist da. Und man denkt drüber nach, über das Gesagte, was hier drinnen passiert. Es ist so, als würde es in deinen Körper fließen, diese Gedanken. Er denkt nach, er sagt, er hat recht. Er packt sich den Kleinen, sein Sohn bringt ihn um. Jetzt denkt er sich, ach, wie konnte ich das machen? Er hat es bereut. Er ist ein Gläubiger, ein gottesfürchtiger Mann. Er hat es jetzt bereut und denkt sich, boah, was soll ich machen? Jetzt kommt die Stimme wieder in seinen Kopf und sagt, Barcisa, diese Frau wird dich verpetzen. Du darfst keiner Frau vertrauen. Guck mal, wohin sie dich gebracht hat, Barcisa. Sie wusste doch, du bist ein gottesfürchtiger Mensch. Wieso hat sie das überhaupt mit dir gemacht, Barcisa? Die wird das jedem erzählen, was du gemacht hast, dass du das Kind umgebracht hast. Und wenn die Brüder kommen, du bist tot, Barcisa. Bring sie auch um. Er bringt sie auch um. Jetzt ist Barcisa in einer Situation, wo er nicht sein wollte. Lüge über Lüge, Sünde über Sünde. Jetzt kommen die großen Sünden. Erst hat er, was hat er, was hat die Stimme gemacht? Kleine Sünden, klein. Er hat Zeit, Bruder. Klein, 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 kleine. Jetzt wohin hat er ihn gebracht? Lügen, Sinner, Mord. Jetzt hat er sie auch umgebracht. Nach langer Zeit kommen die Brüder wieder. Die Stimme kommt, sagt Barcisa. Du musst sagen, sie war krank. Sie ist krank, sie ist gestorben. Du hast sie begraben. Safi. Die Brüder kommen wirklich vom Krieg wieder. Sagen, Barcisa, wo ist unsere Schwestern? Sagen, Subhanallah, innen lillahi wa innen lillahi radiu'un. Sie war krank, sie ist gestorben. Ich habe sie beerdigt. Wie, sie ist gestorben? Sie ist gestorben, Subhanallah. Ich habe das Beste gemacht, was ich machen konnte. Er hat aber nicht geholfen. Sie ist gestorben. Safi, ich kann euch da leider nicht helfen. Wo ist sie begraben? Da ist sie begraben. Die Brüder natürlich traurig, richtig? Die Brüder natürlich traurig. Die Brüder traurig gehen nach Hause. Am nächsten Tag stehen beide Brüder auf. Jetzt sagt der jüngere Bruder zum älteren Bruder, ich hatte einen sehr, sehr merkwürdigen Traum. Er sagte, ich auch. Also was hast du geträumt? Ich habe geträumt, dass meine Schwester zu mir kam und hat gesagt, dass das und das und das passiert ist. Und dass Barcisa sie umgebracht hat. Und dass sie das und da und ich. Er sagte, Subhanallah, ich habe dasselbe geträumt. Das ist kein Zufall, lass uns zu Barcisa gehen. Das ist kein Zufall. Dann gibt es da eine Überlieferung, dass sie wirklich an diesem Ort gegangen sind. Da haben sie die gefunden. Sie haben die ausgegraben. Weil im Traum hat sie gesagt, ich liege da und da. Sie haben die ausgegraben und sie haben sie gefunden. Sie haben gesagt, Barcisa wird sterben für das, was er gemacht hat. Sie gehen an Barcisas Tür, klopfen an seine Tür. Barcisa, komm raus. Was hast du gemacht? Barcisa drinnen, Angst. Oh mein Gott. Sie haben alles herausgefunden. Was soll ich machen? Sie werden mich umbringen. Wer kommt? Diesmal kommt nicht die Stimme. Diesmal kommt eine Gestalt in Menschengestalt vor Barcisa. Sag Barcisa, ich bin deine Stimme in deinem Kopf gewesen. Ich bin Shetan. Ich habe dich durch diesen Weg gefühlt. Ich habe aber noch eine Chance für dich, um hier rauszurechnen. Ich bin noch für dich da, Barcisa. Aber eine Sache musst du machen, damit ich dir helfen kann und dich aus dieser Situation rausholen kann. Ich werde dich da rausholen. Vertrau mir. Guck mal. Vertrau mir. Ich hole dich da raus, aber du musst eine Sache machen. Er sagt, ich werde alles machen, nur bitte. Ich habe schon mein Gesicht verloren. Ich habe alles verloren. Was muss ich machen? Mach Zujud vor mir. Wirf dich vor mir nieder. Bete mich an. Wie? Bete mich an, Barcisa. Du hast keine Zeit zum Nachdenken. Mach es. Barcisa macht Zujud vor dem Schaitan. Der Schaitan dreht sich um mit einem Lachen. Salamu alaikum. Die Menschen kommen rein, kämpfen ihn tot. Als was ist er gestorben? Als Kämpfer, als Muschlik. Er wird für immer ein Heilfeuer bringen. Er wird für immer ein Jehennem sein. Von einem Arbet zu einem Muschrik. Und das, liebe Geschwister, ist der Schaitan, was er mit uns macht. Wallahi, der Schaitan kommt in jeden von uns rein und sagt, guck mal, es ist doch nicht schlimm. Es ist doch nicht schlimm. Guck mal, ich grüße euch mit Salamu alaikum. SLM. Was SLM? Abkürzung. Guck mal, ist doch kein Problem. Du gehst mit den Jungs raus. Du musst aufpassen, weil die trinken ja. Deine Jungs trinken ja. Einer muss fahren. Du machst ja was Gutes, Bruder. Du machst was Gutes, der nennt dich sogar Bruder, dieser Hund. Das ist ein Hund. Der nennt dich sogar Bruder, Bruder. Ist kein Problem. Fahr die, du bekommst sogar Belohnung, weil du schützt sie. Ist kein Problem. Lüg, Betrüg, Macht. Guck mal, du betest. Er fängt mit kleinen Sünden an, liebe Geschwister. Er fängt mit kleinen, kleinen Fehlern an. Mach das, mach hier, ist kein Problem. Ach, du bist doch eh nicht so religiös. Ob du jetzt darauf achtest oder nicht, macht er keinen Unterschied bei dir. Und dann, wenn er dich darin hat, dann fängt er an mit den großen Sünden. Wozu ruft der Schaitan, Bruder? Ich sag euch jetzt was. Ruft der Schaitan nicht zu Alkohol? Was hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt über Alkohol? Verflucht. Der den trinkt, den bringt, den trägt, den produziert, für den man ihn produziert. Richtig? Verflucht von Allah. Was hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, noch gesagt? Derjenige, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der sitzt nicht an einem Tisch, wo Alkohol ist. Iman. Was macht der Schaitan zu dir? Geh doch in die Shisha, weil es kein Problem ist. Ob du in dieser Shisha-Bar reingehst oder in dieser Shisha-Bar reingehst, du trinkst doch keinen Alkohol. Aber er bringt dich an einem Ort, wo der verflucht ist. An einem Ort, der verflucht ist. Beispiel, ich bring dich zur Moschee. Was machst du in der Moschee? Du wirst beten. Du wirst spenden. Ich bring dich an einem Ort, der verflucht ist. Was wirst du machen? Verfluchte Sachen. Du wirst verfluchte Sachen machen. Nicht beim ersten Mal. Was haben wir gesagt? Er möchte ja nicht, dass du fragst, wer ist da? Er möchte nur, dass du dich auch machst. Er möchte nur, dass du fragst, wer ist da? Wenn du fragst, wer ist da? Er holt dich aus deinem Haus heraus. Er holt dich aus deinem Haus heraus. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam über Sinna gesagt? Hört ganz genau zu, derjenige oder diejenige, derjenige oder diejenige, die Sinna machen. Die machen gerade Sinna. Allah entzieht aus deinem Körper dein Iman. Allah entzieht aus deinem Körper dein Iman und lässt ihn über deinen Kopf wie so eine Glocke hin und her läuten. Wenn du fertig bist mit dieser Sünde, entscheidet Allah, ob er diesen Iman wieder reinschickt oder nicht. Zu was hat der Shaitan nicht gerufen? Wieder zu einem Iman, den du verlieren kannst. Shaitan will nichts anderes außer, dass du brennst. Shaitan will nichts anderes außer, dass du brennst. Er wird es dazu hinbekommen, dass du eine Freundin bekommst. Wenn du eine Freundin hast, guck mal, erstmal bringt er dich dazu zu schreiben. Erstmal mit einem Like. Like ihr Bild. Es ist nur ein Like. Es fällt nicht auf. Guck mal, wie viele Follower sie hat. Ein Like. Schreib ihr. Sie wird dir nicht zurückschreiben. Dann schreibt ihr zurück. Oh mein Gott, sie hat dir zurückgeschrieben. Schreib ihr zurück. Weil jetzt ist Pflicht, du musst zurückschreiben. Ja, gib mir deine Handynummer. Telefonier. Kräft euch. Sinna begangen. Du hast einmal Sinna gemacht. Mach zweimal Sinna. Mach dreimal Sinna. Es macht keinen Unterschied mehr, wird er dir einreden. Er will, dass du in die Hände brennst. Dieser Shaitan. Ihr müsst wissen, ihr müsst euch mal hinterfragen. Ihr müsst euch mal hinterfragen, warum ist diese Stimme da, die mich wirklich vom Guten abwendet. Wenn ich sage, komm, lass uns in die Shisha-Bahn nach Iftar. Ja. Okay. Machen wir, kein Problem. Aber wenn ich dir sage, komm, Tadau, ich bete, Bruder. Der Imam betet richtig schön und lange. Äh. Kein Bock. Hast du dich nicht gefragt, warum das so ist? Weil der Shaitan will, dass du brennst. Der Shaitan will, dass du brennst. Es gibt keinen... Shaitan will nur, dass du brennst in Gehennen für immer. Mit ihm zusammen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.